Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Feederbeast Inventions. In der letzten Folge haben wir hier unsere Laserborder aufgestellt und wie ihr vielleicht seht, ich habe in der Zwischenzeit den Raum ausgebaut. So soll das Ganze aussehen, ist es ein bisschen dunkel geworden, ja doch. Bei euch ist es heller, bei euch ist es heller. Bei mir ist es ziemlich dunkel, bei euch geht es. Wir müssen uns hier noch ein bisschen Deko ausdenken, weil vielleicht machen wir es hier noch ein bisschen schöner oder so. Oder vielleicht stellen wir es sogar noch hier in die Mitte, tatsächlich wo hier dieser Beam ist. Ich glaube, das ist übrigens oben mein Wegpunkt, dass wir hier vielleicht sogar noch ein zusätzliches Gerät aufbauen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht, da müssen wir erstmal gucken, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen spezielle Stromleitungen bauen, die jetzt hier unsere Anlage mit Strom versorgen. Und die brauchen wahnsinnig viel Strom. Jetzt kann man hier gar nicht mehr sehen, wo hier der Reaktor war. Aber da sind jetzt drei Felder unten drunter, ist noch Platz. Hier kann man es sehen. Da sind noch drei Felder Platz drunter, so. Und da wollen wir uns dann später auch anschließen mit dem Strom. Vielleicht tun wir den Strom auch hier runter. Es wäre eigentlich viel schöner, wenn es hier unten dann den Anschluss gäbe. Ich glaube, wir machen hier... Ich weiß nicht genau, ob wir in den Rahmen reingehen dürfen. Aber ich glaube, wir machen die Stromanschlüsse hier unten hin. Und dann ziehen wir die runter und machen unten dann die Kabel. So, wir brauchen natürlich die fettesten Kabel. Die fettesten Kabel, der fettesten Kabel, die es überhaupt gibt. Deswegen müssen wir jetzt erstmal nach hier oben gehen. Und zwar brauchen wir Kryotheriumleitungen. So, und ich gebe mal ein hier Kryo. Und wir sehen hier schon, Kryotherium stabilisierte Energie duckt. So, die wollen wir bauen. Und die bestehen aus diesen Dingern. Kryotherium stabilisierte Energie duckt leer. Und diese bestehen aus Redstone Energie duckt. Die Redstone Energie duckt bestehen aus nichts. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Energie duckt haben wir schon. Hier, guck, siehste. Und wir haben aber noch nicht diese anderen, diese Kryotherium-Dinger. Und ich würde sagen, hier von denen stellen wir jetzt gerade mal schon mal 100 her. Gib ihm. So, was haben wir hier? Resonante Energie duckt. Wir gucken uns mal Energie duckt an. Und suchen uns die größten raus, die es gibt. Kryotherium stabilisierte Energie duckt scheint das Thermal Dynamics ist die Mod. Und unendlich viele AF gehen da durch. Die wollen wir bauen. Und ich weiß jetzt gar nicht, was ist denn hier eigentlich ein Resonant Energie duckt. Redstone Energie duckt. Wir tippen mal hier drauf. Redstone Energie duckt brauchen wir auf jeden Fall dafür. Das wollen wir einstellen. Wir brauchen ein Redstone. Wir nehmen es auf. Wir fangen mal so an. Redstone Energie duckt werden hergestellt aus Elektrumbahnen. Hatten wir das letzte Mal gemacht. Das ist Gold und Silber zusammen. Wir brauchen noch dazu ein gehartetes Glas oder ein Quarzglas von Enda IO. Die werden aus drei Quarzen hergestellt. Da bekommen wir sechs von diesen Energie duckts. Und diese Energie duckt, die werden drüben in unserer Anlage mit, zeige ich jetzt mal. Wenn ich es finde, zeige ich es. So, hier. Die werden mit destabilisiertem Redstone, also Redstone, was ihr verflüssigt habt, werden die drüben aufgefüllt. Da kommen diese Energie duckt raus. Ja. Wir wollen jetzt als nächstes hier gucken. Wir wollen Kriotium stabilisierte Energie duckt leer bauen. Dafür brauchen wir wieder Elektrumbahnen, Silber, Gold. Und wir brauchen hier gehartetes Glas oder leuchtendes Glas, Quarzglas und so weiter. Wir wollen wahrscheinlich Quarzglas nehmen. Ganz einfach, weil das das günstigste ist. Elektrumbahnen da in der Mitte. Energie duckt. Das ist natürlich hier ein normales Fertigungsschablone. Machen wir da draus. Wir machen schon mal eine Schablone. Und wir werden hier mal schon so ein paar von diesen Dingern bauen. Ich baue mal zehn Stück. So, werden wir es schon mal so bauen. Und dann können wir dem Computer schon mal beibringen, wie diese Kabel gecraftet werden. Ich bin übrigens überaus erfreut, dass das gerade so hingehauen hat. Ich dachte jetzt, wir verbringen die ganze Folge damit, nur diese Kabel zu bauen. Weil das war immer mein größtes Problem, eigentlich so diese Kabel zu bauen. Und wir sind ja jetzt schon ein bisschen weiter hier im Spiel. Und da ist das jetzt nicht so das große Ding. Aber ich dachte, wir brauchen jetzt ewig dafür, diese Dinger herzustellen. Ich hebe mir mal zwei von diesen Rahmen auf. Und wir legen mal hier jetzt in die Flüssigkeits-Transposer die leeren Dinger rein. Und ihr seht, es tut sich nichts. Das ist resonant Ende. Wir brauchen natürlich Kryotheum. Da müssen wir gucken. Das ist destabilisiertes Redstone. Da haben wir das drin. Und hier ist nichts drin. Okay. Siehste? Haben wir doch schon was, was wir machen können. Wir müssen nämlich noch Kryotheum herstellen. Ich dachte, das wäre hier eingestellt. Hier ist doch Kryotheum-Staub. Wieso läuft nicht hier rein? Oh. Sind die vielleicht nicht? Doch, sind die. Haben wir vielleicht gleich keinen Kryotheum-Staub auf Lager? Nee, wir haben keinen Kryotheum-Staub. Dann müssen wir den mal herstellen. Und zwar machen wir das mal anders. Wir machen das mal so. Wir gehen mal hier rein. Und ihr seht, ich habe hier erweitert Beschleunigungskarten drin. Aber jetzt ist ja kein Kryotheum-Staub da. Deswegen werden wir jetzt mal folgendes machen. Wir suchen uns eine Fertigungskonsole. Fertigungskarte. So, da sehen Sie. Fertigungskarten. Und die nehmen wir uns mal raus. Und hier Basalt kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Kann man so ein bisschen aufräumen. Wir gehen mal hier hoch. Und damit wir jetzt nicht andauernd absinken, würde ich mal vorschlagen, wir nehmen uns mal hier irgendwelche Andesid-Steine. Die sind gut. So. Wir nehmen uns mal die Andesid-Steine und bauen uns mal hier hoch. So. Der kann wieder weg. Und wir bauen uns mal hier hoch. So. Jetzt kann ich nämlich hier in Ruhe stehen. Wir können hier schon rausgucken. So sieht es draußen aus. Ja. Wir spielen gerade ohne Shader. Deswegen sieht es noch ein bisschen doof aus mit dem Wasser. Aber egal. Wir sind jetzt hier bei unserem Exportbus. Und da steht drin, Kryotheum-Staub soll er exportieren. Ziemlich schnell sogar. Aber es kommt nichts an. Weil wir keinen Kryotheum-Staub haben. Deswegen nehmen wir uns so eine Fertigungskarte hier und legen die dazu. So. Jetzt haben wir hier ein neues Menü. Fertigungsverfahren. Beim Export gelagerte Items verwenden oder fertigen. So. Da wir jetzt keinen Kryotheum-Staub hatten, macht er da jetzt automatisch, wenn wir ein Kraft-Drezept haben, wird das automatisch hergestellt. Jetzt gucken wir uns natürlich noch ein, wie wird Kryotheum-Staub hergestellt. Denn das ist nicht ganz so einfach. Ihr braucht dafür Schneebälle. Ihr braucht Salpeter. Ihr braucht Blitz-Bliss-Staub. Und ihr braucht ein Redstone. Redstone können wir vergessen. Ganz einfach. Ist nicht so das Ding. Ja. Schneebälle. Das ist schon eine etwas größere Sache. Denn wenn du jetzt irgendwie im Wüstenbiom bist, wo willst du Schneebälle hernehmen? Dann nimmst du dir folgendes. Wir gehen mal hier vorne hin. Ich mache mal den Hover aus. Und wir gucken mal hier vorne bei dieser Anlage. Die ist gerade abgeschaltet. Das ist ein Glacialprepidikator. Ja. Gut. Der macht jedenfalls aus Wasser. Macht er Schneebälle. Der macht Schnee oder macht hier Eis. Wenn ich den jetzt auf Eis einstelle, dann produziert er uns Eis. Er ist gerade ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn ausgeschaltet habe. Ich glaube, ich habe hier gesagt, genau, dass er mit Redstone laufen soll. Wenn ich jetzt wieder auf Ignorieren stelle, wird jetzt hier gekühlt und wir bekommen hier Eis raus. So wird hier Schnee hergestellt. So, hier seht ihr Eis. Jetzt wird Schnee hergestellt. Wenn ich hier drauf stelle, kommen gleich Schneebälle. Da kommen die Schneebälle. Und wir schalten wieder aus. Denn wir haben eine ganze Menge Schneebälle auf Lager. Das gucken wir uns hier mal im Computer an. So, ich tippe mal hier oben ein Schnee. Und ihr seht, wir haben hier 50.000 auf Lager. Und jetzt wollen wir Blissstaub herstellen. So sieht das aus. Wir haben 14.000 auf Lager. Blissstaub. Ihr könnt entweder Bliss jagen, die durch die Gegend laufen. Die sehen ungefähr so aus wie der kleine Kopf hier. Man kann das aber auch anders herstellen. Und zwar folgendermaßen. Wir suchen uns Schneebälle. Schneebälle gehen dann hier zu unserem deschapelisierten Redstone. Lassen die durchlaufen. Wir bekommen hier Blissstaub. So einfach geht das. Das waren die Sachen. Salpeter bekommt ihr in der Wüste. Müsst ihr mal gucken. Das sind so weiße Kristalle. Die sind auf dem Boden am zuzusehen beim Sandstein. Genau. Beim Sandstein findet ihr Salpeter. Oder wir gucken mal nach, ob man Salpeter noch anders herstellen kann. Salpeter. Und wir gucken mal nach. Salpeter ist von Raycraft. Und da haben wir Salpeter von Thermal Foundation. Hier sieht man Salpeter Arts kommt. Ist jetzt von Redstone. Ist jetzt von Railstar. Oh. Ist jetzt von Raycraft. Aber gibt es auch von Thermal. So. Wir gehen mal hier weiter. Wir können hier Schwarzpulver nehmen. Im Zerstörer bekommen Salpeter raus. Wir können den Pulverisierter nehmen. Hier Steinstufen. Glatte Steine. Sandsteine und so weiter. Zertrümmern lassen. Dabei kommt auch Salpeter raus. Wir können in der Säckmill das Salpeter Arts. Hier ist das, was ich gesucht habe. Hier Sandstein können wir hier zerkleinern lassen. Wir bekommen auch da Salpeter. Im Malwerk kannst du Blissruten machen. Aber das geht sowieso. Hier guck. Salpeter Arts. Das wollen wir nicht. Wenn du nämlich keinen Salpeter findest. Das war bei mir am Anfang so. Da ist es ein bisschen schwierig, das zu finden. Hier sieht man es. In der Zentrifuge kriegst du aus Seelensand auch so Zeugs raus. Industrial Grinder. Es gibt also viele Möglichkeiten, das Zeug herzustellen. So. Wir haben jetzt dazu das Zeug hergestellt. Und hier wird auch produziert. Ja. Jetzt haben wir zwei Geräte, die damit voll sind. Das passt mir jetzt eigentlich nicht so gut. Wir gehen nochmal hier in den Hover-Modus. Und wir werden mal hier das Kryotierum rausnehmen. Das kann hier ruhig durchlaufen. Denn das wird hier noch verarbeitet. Und wird auch hier gleich abgepumpt. Aber ich möchte mir diesen Magmatizer oder Magmatikel aufheben für eine andere Flüssigkeit, die wir vielleicht später noch herstellen. Ich weiß jetzt gerade nicht welche. Ich habe jetzt noch nichts geplant. Aber das heben wir uns mal auf. Mal gucken, ob die Maschine hier... Die ist gar nicht gebufft. Das heißt, wir können die auch gerade nochmal buffen. Wir holen uns mal hier... War das Upgrade? Ne, dann war es... Update? Ne, auch nicht. Was auf, wie heißen sie denn? Die sind alle gar nicht... Erweiterung heißen sie. Erweiterung. So, da haben wir die Erweiterung. Wir holen uns mal alle drei raus. Und den habe ich aus Versehen rausgenommen. So, wir können das Ganze jetzt hier noch ein bisschen buffen, indem wir jetzt hier drauf gehen und sagen, hier, wir hätten gerne weiß, gelb und blau. Dann ist die nämlich ein bisschen schneller. Weiß. Ich mache das hier mit der Shift-Taste, weil es dann schneller geht. Gelb und blau. Auch hier weiß. Gelb und blau. Die sind nämlich schon voll. So, und jetzt könnt ihr hier sehen, wie schnell das geht hier, bis es gefüllt wird. Ich mache jetzt mal nur weiß dazu. Und ihr seht, es geht schon ein bisschen schneller. Wir machen gelbe dazu. Und es geht noch schneller. Wir machen die blaue dazu. Und es geht wahnsinnig schnell. Und ihr seht, wie das da abnimmt. So, der ist schon durchgelaufen, ist jetzt wieder frei. Den haben wir später noch für andere Sachen. Jetzt haben wir natürlich hier eine Maschine frei. Weiß ich jetzt nicht mehr, die hier war frei. Und wir könnten jetzt hier das Kryotheum einstellen. Das habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Wir gehen mal hier auf Eimer und nehmen uns hier ein gelähmes Kryotheum raus. Und dann schweben wir hier nach oben und sagen der Flüssigkeitskarte, dass wir hier dieses Zeug reinhaben wollen. So. Dann stellen wir uns hier, das ist schon gebufft, so hier ignorieren. Und wir machen hier unten den Eingang auf die Seite. Das heißt, da muss blau hin. Da oben muss blau hin. Unten muss orange hin. Die Seite muss zu. Die Seite muss auch zu. So. Ihr seht, das füllt sich jetzt hier schon. Ist super toll. Die Maschine ist damit gleich einsatzfähig. Wenn die hier voll ist, dann haben wir hier hinten. Wird jetzt noch produziert. Aber ich weiß nicht, wie viel Kryotheum wir her... Ah, pass auf. Ich habe einen Fehler gemacht. Mist. Du, die, du, die, du. Wir haben einen Fehler gemacht. Sekunde. Wir müssen das nochmal ganz kurz stoppen. Was sagt die Zeit? 14 Minuten. Ja, pass auf. Und dafür bräuchten wir erst nochmal... Ich muss das mal kurz hier rausnehmen. Dafür bräuchten wir ein paar Erfahrungspunkte, die jetzt in unten drin gelagert sind. Ich hole mir nochmal einen Eimer. Und jetzt mache ich mal was Experimentales. Wir klicken mal hier drauf. Geht das? Wir hauen mal den Stein weg. Und klicken mal auf unseren Tank mit dem Eimer. So, wenn ich jetzt hier gerade mal Erfahrungspunkte brauche, kann ich das auf den Boden schütten? Nee. Geht nicht. Ja, jetzt bräuchten wir ganz schnell Erfahrungspunkte, damit wir unsere Festplatten benamsen können. Weil dafür brauchen wir nämlich jeweils ein paar... Dafür brauchen wir Erfahrungspunkte. So, jetzt muss ich mal oben gucken, wie machen wir das denn? Wir können eine XP-Dusche bauen, das weiß ich. Ich weiß jetzt nur nicht, habe ich das schon im System? XP habe ich das schon im System? Ist noch nicht im System. Wir haben hier natürlich jetzt folgendes Problem. Wir haben hier oben ganz viele Flüssigkeitsfestplatten. Und die sind alle, glaube ich, festgelegt. Genau. Und jetzt müssten wir die eigentlich alle umbenennen, damit wir jetzt sehen können, was hier drin gespeichert ist. Und... Bei vielen Sachen ist es wahrscheinlich übertrieben, dass es so voll ist. Da hätte eine kleine Festplatte gereicht. So, wie machen wir das jetzt? Wir holen uns mal die obersten zwei raus und gucken uns die mal an. Dafür geben wir hier zu unserer Zellenwerkbank und legen die rein. Hier drauf ist gespeichert Lava. Das ist okay. Jetzt müssten wir die gerade benennen. Hier ist Teeröl drin. Das müsste auch schon so groß sein, weil nämlich Teeröl ist so ein Abfallprodukt. Und das Abfallprodukt musst du erst mal entsorgen. Es wäre halt schön, wenn wir jetzt Erfahrungspunkte hätten. Mist, wie kann ich denn jetzt hier so... Ah, pass auf. Wir können vielleicht Fläschchen herstellen. Fläschchen. Und zwar die da. Nee. Wie kriegen wir denn jetzt Erfahrungspunkte zurück? Mist. Ich habe eine Idee. Pass auf. Wir machen das mal folgendermaßen. Ich hänge fest. So, wir gehen mal hier raus. Und hier draußen sind doch auch Tanks. Welcher ist denn hier gut befüllt? Keiner so richtig. Wie sieht es denn hier unten aus? So. Wie sieht es hier unten aus? Das ist aber, glaube ich... Ist das XP? Nee, das ist schon Essenz. Gut. Ich habe nämlich hier eine Dusche. Irgendwo. Da ist eine Dusche. Wenn wir das hier weghauen und setzen nach hinten... ...einen Tank dran, bekommen wir das Ganze nämlich ab. Und dann kriegen wir Erfahrungspunkte. So. Wir gehen mal hier hoch und holen uns hier vorne die Tanks. So. Jetzt machen wir folgenden Trick. Wir stapeln die kurz. Wir müssen da noch einen haben. So. Die oberen können wir abbauen. So. Und unten der... Den nehmen wir jetzt gleich, um uns selbst damit ein bisschen zu beträufeln. So. Wir nehmen uns hier wieder die Gitter raus, die wir hier drin haben. Hauen die hier oben drauf. So. Den Tank bauen wir ab. So. Ist jetzt nicht so viel drin, aber ich hoffe, dass es reicht. Jetzt gehen wir hier runter. Dann hier runter. Hauen das hier dran. Wo ist er? Da. So. Und jetzt stellen wir uns hier hin. Jetzt bekommen wir die Erfahrungspunkte ab. So. Das war's. Dann bauen wir hier unsere Anlage gleich wieder zurück. Hier muss der Tank hin. So. Und dann muss hier vorne ein Stein davor. Der wird da dran gesetzt. So. Jetzt gehen wir hier hoch und machen unsere... ...unser Gitter hier vorne wieder ganz, was wir kaputt gemacht haben. So. Wir nehmen uns zum einen den Tank. Da ist er. So. Tank dahin und ein Deckelchen drauf. Da ist das Gitter. So. Das wird repariert. Wir gehen wieder rüber. Und dann werden wir erstmal die Festplatten oben gerade mal so ein bisschen... Ich bleib da mal hängen. So. Jetzt werden wir uns die Festplatten hier einzeln rausnehmen und werden mal gucken, das sind alles ganz normale hier. Wenn man bedenkt, dass das hier die normalen nur für normale Gegenstände sind, dann ist das schon erstaunlich, dass wir da alles drauf haben. Das ist die Teeröl-Festplatte. Und das ist die Lava-Festplatte. Hier müsst ihr irgendwo ein Amboss rumstellen. Da. So. Und da steht jetzt Flüssigkeitsspeicher. Und wir machen das hier weg und machen 64k Lava da rein und sagen, er soll das benamsen. Und dann machen wir hier wieder. Und dann nennen wir das hier 64k Teeröl. Die nehmen wir aus auch raus. Wir gehen wieder hier zu unserem Dings. Ne, oben waren die Flüssigkeiten. So. Das kommt wieder rein. Wir nehmen uns die nächsten zwei. Oder wir nehmen uns gleich vier. Hier. So. Die erste ist. Kriotheum. Teeröl. Die nächste ist Teeröl. Ja, das passt mir nicht so richtig. Okay. Die machen wir gleich leer. Dann haben wir hier die nächste. Da ist drauf resonantes Ender. Und hier haben wir drauf destabilisiertes Redstone. Sehr gut. Wir gehen wieder hier zu unserem Amboss. Und legen die hier rein. Das ist eine 1K-Festplatte. Das ist resonantes Ender. Äh. Moment. Re. So. Nant. Ender. Ich glaube, so wird es geschrieben. Aber selbst wenn es nicht so geschrieben wird. Wir wissen ja, was das ist. Das ist resonantes Ender. Und hier haben wir drin. Destabilisiertes. Destab. Redstone. So. Nehmen wir auch raus. Dann hatten wir hier vorne. Ich weiß es nicht mehr. So. Pass auf. Nochmal nachgucken. Ne. Pass auf. Wir holen erstmal hier oben. Die können wir schon wieder reinlegen. Wir nehmen die nächsten zwei raus. Und wir jetzt müssen wir uns wirklich merken, was drin ist. So. Wir gucken nochmal. Das hier war Kryotheum. Genau. Kryo. Ähm. T. Äh. Kryo. Kryo. Öl. Und Schlacke. Kryo. Öl. Schlacke. Kryo. Öl. Schlacke. So. 64K bei Kryotheum. Ist eigentlich auch übertrieben. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ähm. Äh. Oh. Jetzt haben wir es natürlich die ganze Zeit verschwendet. Ähm. Pass auf. Wir machen das mal so. So. Wir nennen die mal Kryotheum. So. Die heißt Öl. Öl. Warte mal. Wie nennen wir das denn mal? Ähm. Ach. Öl reicht auch. Und die letzte Festplatte habe ich vergessen. Kryo. Öl. Mensch. Kryo. Öl. Und. Schlacke. Kryo. Öl. Schlacke. So. Die letzte nehmen wir noch Schlacke. Kryo. Öl. Schlacke. Jetzt machen wir das gerade noch fertig. Schlacke. So. Auch umbenennen. So. Und. Hauen das hier rein. Eins. Zwo. Drei. Jetzt haben wir noch zwei Stück. Und die machen wir schnell noch. Tut mir leid. Jetzt habe ich mich wieder hier mit anderen Sachen aufgehalten. Hier ist Lava drin. Und hier ist drin Wasser. Lava und Wasser. Gut. Das machen wir jetzt schnell noch. So. Das hier ist die Lava-Festplatte. Lava. Das ist die Wasser-Festplatte. So. Jetzt brauchen wir noch eine 1K-Flüssigkeits-Festplatte. 1K. Und da haben wir die 1K-Normal. Und wir nehmen uns mal hier noch. Wir lassen uns noch mal eine bauen. So. Den Chip haben wir schon. Und jetzt müssen wir nur noch. Den Rahmen dafür holen. Das wäre der hier. Wir machen uns auch gerade mal ein Rezept dafür. So. Und wir nehmen uns eine Platte raus. Das ist schon mal gut. So. Das Rezept legen wir uns schon mal hier rein. Das wäre erledigt. Und jetzt gehen wir mal hier rüber. Wenigstens, dass wir das Kryotium-Befüllen heute noch fertig bekommen. Nein. Doch. Ist gut. Passt so. Hier ist Kryotium drin. Hier müssen unsere Kabel rein. Die werden auch gleich unten abgepumpt. Wir müssen uns einen mitnehmen, der jetzt befüllt ist. Das wäre erledigt. Jetzt gehen wir noch mal kurz nach oben und machen noch das fädelnde Rezept dafür. Nämlich. Jetzt bringen wir dem Computer folgendes bei. Wenn wir diese Kabel haben wollen, dann brauchen wir dafür einen Rahmen. Und das ist eine Processing-Pattern. Wollen dafür ein Kabel raus haben. So. Auch da machen wir ein Rezept von. Das wir uns jetzt gleich mitnehmen. Die Dinger können wir hier reinschmeißen. Jetzt haben wir hier noch ein paar Festplatten übrig. Das ist die 1K, die ich gebaut habe für Kryotium. Aber das haben wir eh drin. Ne. Hier drüben. So. Die haben jetzt alle Namen. Das ist schon mal super. Und hier, die hat noch keinen Namen. Die mache ich dann in der Pause gleich noch. So. Genau. Die machen wir in der Pause. Und jetzt brauchen wir von diesen Kabeln eine ganze Menge. Ich würde sagen, davon brauchen wir so 100 Stück Kryo. Wir testen mal, ob es geht. Hier sind ja so Energiedukte. Acht Stück haben wir schon. Und wir sehen, es ist noch nicht drin. Warum? Weil der Centric wieder vergessen hat, das Rezept oben reinzulegen. So. Wir gehen kurz nach oben. Und machen den Hover-Mode aus. Jetzt gehen wir hier zu unserem Molekular-Assembler. Da ist das Rezept für die Kabel drin. Und ich gehe mal kurz zu dieser Konsole. Ich nehme nämlich immer die falsche Konsole. Kryo. Und wir sehen, hier ist jetzt Crafting. Und ich würde sagen, wir brauchen davon mindestens mal 200. Und ihr seht hier, wie viel wir brauchen. Wir brauchen also hier Elektrombaden über 500 Stück. Und da ist jetzt so ein bisschen... Ach, der macht das mit Pulver. Gut, der macht das mit Pulver. Das klappt aber. Und wir lassen das mal durchlaufen. In der nächsten Folge haben wir genug Kabel. Und dann können wir auch damit uns beschäftigen, wie wir unten die Geräte anschließen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.